Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Leute und heute befinden wir uns wieder in meiner Stadt Leute und zwar wie man hier schon erkennt hat beim Zoo das hier habe ich offcam gebaut das ist auch so im 40 abo dings download drin dass man hier sieht ja hier ist sowas hier ist was am gebaut werden sag ich mal so und das hier drin werden wir heute bauen by the way ich habe mein texture pack drin das erkennt man wahrscheinlich an dem fadenkreuz weil es ein bisschen grünlich und ja ich habe nicht sehr viel verändert aber ja bis es online geht das einzige was noch fehlt sind die 50 Abonnenten dann kommt es ja und ja Leute ihr könnt mal was gucken muss ich tun was ich glaube das kennt ihr und jetzt legt es weil ich guckt euch das war an glaube ich leicht sagt mir nicht dass mein Kraft abschmiert wegen den vielen Köpfen eine zwei drei vier sechs Reihen einfach dort Köpfe also wenn ich Köpfe brauche dann ist die ähm Wahrscheinlichkeit sehr groß dass ich die hier drin finde ich habe hier einfach mal Köpfe gesucht Köpfe geholt ganz viele Köpfe ich hätte ein theoretisch doch eine Reihe für Köpfe und ja ja ich würde sagen also aber was wir jetzt machen ist wir bauen hier weiter zack zack auch wenn dieser Bagger so wunderschön ist der muss jetzt leider weg lalala dann bauen wir die mal weg hier und hier hinten kommen glaube ich ich weiß noch nicht mal richtig was ich hier hinten hinpacken könnte ich glaube ich mache so Ocelots Ocelots vielleicht was könnte man so noch machen ich glaube ich mache Ocelots Ocelots haben wir uns geeinigt Ocelot und was das Geile daran ist also ich habe ja hier WorldEdit weil ich auf dem Server bin IP unten in der Beschreibung jetzt muss ich da noch Werbung reinschreiben war also IP für den Service unten in der Beschreibung wenn er online ist, ist er online sonst nicht genau das muss ich von außen machen sonst komme ich nicht ran wegen Hitbox und so ja gut das hast du gut gemacht das hast du gut gemacht so jetzt machen wir mal Gras und jetzt machen wir Set Biome und jetzt machen wir Dschungel okay das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert da gehen wir mal ganz kurz runter vom Server und gleich wieder drauf so lalala sehr spannend sehr spannend sehr spannend jetzt wir haben uns jetzt wenn ihr übrigens sehen wollt wie das Texture Pack aussieht dann könnt ihr das auf meiner Internetseite da habe ich auch Screenshots von der Stadt wenn ihr das mal angucken wollt bevor es ihr wirklich runterladet falls ihr neue Abonnenten seid und noch nicht ganz genau wisst was das hier alles ist da könnt ihr doch mal auf die Webseite gehen da gibt es jetzt einen neuen Tab der heißt Screenshots und dann gibt es das Screenshots dann könnt ihr gucken und ja mein Texture Pack ist schon bei den Downloads aber da könnt ihr nichts downloaden ihr müsst es gar nicht probieren okay ihr könnt auch nichts downloaden ihr Dab ich möchte es erstellen geben erstes was kommt Slash Dab Alter so das Haus mal mal größer falls ihr euch jetzt fragt warum ich jetzt Dschungel gemacht habe einfach dass das Gras ein bisschen grüner ist weil das Gras hier ist nicht sehr schön das hier finde ich dann schon besser und jetzt ist hier einfach dieser Bereich Dschungel die Blätter sind da dann auch besser von den Farben hier ist einfach gesättigter grüner keine Ahnung so zack 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 und dann dieses obligatorische komische Dach was wunderschön ist das Dach also nein eigentlich nicht irgendwie habe ich das Gefühl habe ups das das ähm ähm wollte ich jetzt nicht vielleicht habt ihr es mitbekommen im Video im letzten Video im neuesten Video im letzten Video vielleicht habt ihr das mitbekommen ich habe ein neues Headset und jetzt kann ich zum Beispiel das machen ich kann mich jetzt ein jetzt das wieder einschaltet dann hört ihr mich wieder super ne ja ja Game Mode 2 kann fliegen super das wird weird weird richtig weird das wird weird was zum Teufel naja es ist es halt dazu und dann bauen wir jetzt hier noch einen Überhang einen obligatorischen Überhang perfekt jetzt sieht das ja mal richtig scheiße aus ok by the way hol das ist cool ne und hier auch die Paintings habe ich vergessen auf meiner Webseite aber guck mal da bin ich und da gibt es noch einen PC gibt es noch und die 2 einmal 1 und 2 x 2 gibt es auch vom Logo ja genau so Dschungel dann machen wir das mal ein bisschen Dschungelig und einmal Dschungelholz erstmal brauchen wir natürlich ganz viel Gras äh sind ja Ocelots ähm ok hallo das sieht das sieht gleich aus ist es aber gar nicht das ist ein Trick das ist ein Trick jetzt müsste das doch bitte weg gehen naja also das war es von diesem Video wenn es noch gefördert lasst ein Like und ein Abo was ihr getan habt und dann sehen wir uns im nächsten Video ja tschau tschau Untertitelung des ZDF, 2020